Hallo und herzlich willkommen zu deinem Verblenden Kusser. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass es dabei ist und herzlich willkommen zur Fertigstellung des inneren Gebäudes. Ja, du hast richtig gehört, ich habe heute das innere Gebäude Tutu komplett hier fertiggestellt und zuerst habe ich eine kleine Federbehebung begangen und zwar habe ich diese eine Stütze ein bisschen hin und her gewubbelt, weil die war ein klein bisschen aus dem Lot geraten. Dann habe ich in diversen Ecken heute ein paar Stützen noch hinzugefügt. Allerdings musste ich feststellen, pass auf, jetzt kommt's, dass ich die ein oder andere Stütze weglasse, die so nach unten geht, denn das sieht einfach nur besser aus. Wenn die jetzt einen krassen Versatz haben, sieht das besser aus, als ob die so einen kleinen Versatz haben und dann sieht das so aus, wie gewollt und nicht gekonnt, wie beispielsweise bei dieser Ecke. Die Ecke habe ich jetzt ein bisschen weiter rausgezogen, dadurch musste ich natürlich die anderen so ein bisschen nachjustieren, aber bei der einen Ecke, die habe ich jetzt ein bisschen weiter rausgezogen, so dass das so rustikal aussieht, finde ich so ein bisschen. Auf jeden Fall sieht es jetzt wesentlich besser aus, als ob du so ein kleines Stück nur auf der linken Seite hast und dann auf der rechten Seite und geradeaus und dann sieht das Ganze gar nicht so toll aus. Und ich bin immer noch ultra fasziniert von der Beleuchtung. Apropos Beleuchtung, sehr geile Überleitung. Ich habe heute natürlich die kompletten Palmen auch noch beleuchtet. Selbstverständlich und zwar in einem Grün, was der Palme entsprechend gut steht. Und ich habe jetzt nicht, ich sage mal, die eine Palme ausgewählt, dann die nächste, so willkürlich, sondern ich habe tatsächlich ein Konzept hintergehabt. Und zwar habe ich die Palme ausgewählt, die mir am besten gefallen hat. Nein, ich habe wirklich so darauf geachtet, dass das gut aussieht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, pass auf, ich muss jede Palme beleuchten, weil ich fände, dann sei das zu, ja, dann sei das nicht mehr so dezent aus, sondern einfach nur noch zu gewollt. Und deswegen, wie beispielsweise in dieser Ecke. Die Ecke, da habe ich mich, also die Ecke war wirklich mit Abstand die schwerste Ecke oder auch insgesamt die Beleuchtung der Palmen. Denn mich hat so ein bisschen gestört, dass das an den Wänden reflektiert hat, dieses Licht. Tatsächlich. Und deswegen habe ich die immer wieder hin und her gewubelt, hin und her gezogen, bis ich irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt passt es. Und, ne, du siehst ja, ich gucke immer wieder dahin und versuche, die so ein bisschen zu justieren, hin und her zu ziehen, dass das so einigermaßen gut aussieht und nicht so, wirklich so, so direkt ins Auge strahlt. Ne, und das wollte ich einfach auch bei den Palmen haben, dass ich bei den Palmen einfach diese dezente, schöne Beleuchtung habe. Das ist so ein, so ein, ich finde, ganz ehrlich, wenn Pflanzen grün angestrahlt werden, hebt das die Pflanze nochmal ein ganz anderes Level und das ist so ein Wühlfühl, Wühlfühl, ja, Wühlfühl Atmosphäre. Ich, ich kann dir das nicht genau beschreiben, also ich finde das super toll. Beispielsweise hatte ich das auch im Europapark. Europapark hatte das auch, so dezente Beleuchtung, ne, so von unten bestrahlt. Die haben natürlich auch Lichterketten in den Bäumen gehabt, aber persönlich, also beides hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber persönlich, nachher erst wahrgenommen, habe ich diese dezente Beleuchtung, also die, die indirekte Beleuchtung von unten. Ja, gut, das ist eine direkte Beleuchtung, ja, also die, die indirekt wahrnimmst. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben und das war mir nachher so in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich wird den meisten aber diese offensichtliche Beleuchtung, wie beispielsweise Lichterketten in den Bäumen, sieht super klasse aus, um Gottes Willen, da würde ich nie was gegen sagen, ne, finde ich auch super klasse, nur, äh, das wird den meisten im Kopf bleiben und mir bleibt tatsächlich die dezente Beleuchtung, diese, dieses, diese grüne Beleuchtung im Kopf, keine Ahnung warum, ich weiß nicht. Irgendwas läuft bei mir falsch, glaube ich anscheinend. Auf jeden Fall, falsch lief auch dieser Stein. Boah, das, äh, ja, war, war okay, die Überleitung, war okay. Ähm, der, der war ein bisschen falsch platziert, beziehungsweise musste ich ein bisschen nachjustieren, weil einfach die Lampe ihren Platz finden musste und deswegen habe ich den ein klein bisschen runtergesetzt, ein bisschen ein klein bisschen nach links, rechts und dann passte das auch. Und ich bin jetzt gerade echt, ich bin jetzt wirklich am überlegen, was ich noch gemacht habe. Ich bin tatsächlich, ich hoffe einfach mal, dass der junge Typ oben rechts, also, ach so, du siehst, ja, ich vergesse immer wieder, du siehst, wie ich siehst, ähm, dass der junge Typ oben rechts, der hinter meiner Facecam ist, einfach jetzt gleich mal fertig ist, genau, jetzt schaltet er den Tagmodus, sehr schön, und dann irgendwie mal zu dem, ach so, genau, da war er am überlegen, was er oben auf dem Dach setzen könnte, tatsächlich. Er hat so einiges ausprobiert, wie beispielsweise Säbel, die kommen gleich, oder der Totenkopf, aber ganz ehrlich, da fand ich in diesem Moment tatsächlich weniger als mehr, wie beispielsweise bei der Bepflanzung, ne, die Bepflanzung, da habe ich ja gesagt, mache ich kein komplettes U-Wald-Thema, da mache ich einfach nur so ein paar Bäume und ein paar, heißen die Büsche, ich weiß es nicht, diese, diese Fahne, Fähne, ne, Fähne ist es nicht, Fahne, ja, wie auch immer, die kleinen Pflanzen unter den Palmen, das fand ich eigentlich auch sehr cool mit dem Piratenkopf dazwischen, aber, ähm, da habe ich ja auch gesagt, weniger als mehr, ne, da wollte ich ja erst, äh, da war ich so hin und her überlegen, da war ich so gedanklich, ähm, mache ich da einen kompletten U-Wald hin, setze ich das komplett zu, aber irgendwie fand ich weniger als mehr und tatsächlich, oben fand ich auch weniger als mehr, heißt, da haben wir nur einen Kamin und das war es. Also, ich brauche da nicht unbedingt einen Totenschädel, ich brauche da nicht unbedingt diese Säbel oder sonst irgendwas, was ich wohl brauchte, war Hinweisschilder. Das war, fand ich okay, ne, dass ich einfach hinschreibe, Ausgang, und dann war ich aber überlegen, warte mal, welche Schriftart war das denn? Und das Geile war, und dann fiel mir auf, ah, bei den Toiletten, ne, da war eine geile Schriftart, die würde ich gerne nehmen, und dann fiel mir auf, ah, bei den Toiletten, das war eine vorgefertigte, also so Toilets, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Und ich habe jetzt die Schriftart genommen, äh, Pirates, glaube ich, oder Pirate, ich glaube, Pirate habe ich genommen, und das habe ich auf jeden Fall an jedem Ausgang platziert, dass die Leute immer wissen, wo man hier rausläuft, und ich habe dieses Schild, wollte ich auch bei den Shops platzieren, allerdings, jetzt kommt das, war ich mir mit der Höhe nicht sicher, denn es sah irgendwie so abgehangen aus, und dann fand ich irgendwie ziemlich cool, dass das Geh so über diesen, ja, über diesen Sonnenschirm, Regenschutz, wie auch immer, ging, aber, pass auf, das Problem ist, das große Problem ist, dass ich die Höhe nicht berücksichtigt hatte bei diesem Schirm, weil die kam mir relativ niedrig vor, ähm, und dann habe ich einfach mal unseren Höhenmesspiraten dahingesetzt und habe festgestellt, huch, die sind aber wirklich niedrig. Natürlich habe ich die dann direkt gegengetestet, also erstmal musste ich gucken, wo so ein Gast rumläuft, ne, irgend so ein willkürlicher Gast, musste die Höhe nochmal checken, weil das habe ich letztes Mal gemacht, keine Ahnung, WOD-Ride, glaube ich, und, oh, das ist dann schon, ne, WOD-Ride meine ich, und, ja, auf jeden Fall, habe ich dann festgestellt, huch, die sind aber ein bisschen niedrig. Auf jeden Fall habe ich dann auch, pass auf, jetzt kommen wir da nämlich hin, in der Schiffsschaukel diese Dinger platziert. Und ich habe erstmal in der Höhle kontrolliert, weil in der Höhle, ich war mir sicher, dass ich die platziert hatte, in der Schiffsschaukel nicht, aber bei der Höhle war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das kontrolliert hatte, aber ich hatte das halt nochmal getestet, und auf jeden Fall habe ich das nochmal hochgezogen, damit das auch passt mit dem Höhlenmesspiraten, nur habe dann festgestellt, mit den Anzeigedingern, das sieht nicht so pralle aus, deswegen löschen wir das. Auf jeden Fall habe ich dann auch direkt, weil ich mir gedacht habe, weißt du was, wenn du gerade einmal bei diesen Regen-Sonnenschützen auch dran bist, ich weiß den Namen tatsächlich nicht mehr, wenn du da einmal dran bist, dann kannst du natürlich auch nie in der Schiffsschaukel kurz platzieren, weil ich sage mal, im Großen und Ganzen war das nämlich schon fertig, also die Piraten-Shopping-Mall, ja Piraten-Shopping-Mall klingt wirklich besser, oder Innere-Mall, ich weiß noch nicht, auf jeden Fall muss ich wirklich feststellen, dass die Läden in der Piraten-Shopping-Mall irgendwie tiefer sitzen, warum auch immer, also ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag, bis dann, tschüss, ich glaube ich spreche jetzt gerade, komm ich spreche jetzt einfach komplett einmal durch, ne, dass du siehst, oha, die Nachtbeleuchtung ist aber schön, ich rede jetzt einfach komplett durch, ne, also die, noch sechs Sekunden, also bis dann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis dann, tschüss.